Herzlich willkommen zu meinem Purish Haul. Es war mal wieder soweit, ich habe mir einige Neuheiten bestellt. Bro, Purish hat jetzt Lumene. Erinnert ihr euch dran, als ich in Finnland war? Das sind unnormal heftig krasse Produkte. Hammer cool, dass sie das jetzt haben. Also extrem qualitativ hochwertig für den Preis. Dann habe ich mir diese Kamin-Sachen geholt von Merve. Pinsel und Wimpern und sonstiges. Ey, bei Purish bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Ey, checkt das gerne ab. Die haben einen richtig coolen Online-Shop. Dann habe ich mir noch sowas für die Augen geholt und so einen Balm für die Haare. Ich werde die Sachen testen und euch berichten. Ich wollte es euch einfach zeigen. Und ja, das war es. Folgt mir gern für mehr.